Das ist ja interessant, da hinten sieht man ja eine Spawn-Area. Von hier sieht man auch eine Spawn-Area. Ja, die andere gegenüber vom See. Das ist die Straße. Oh. 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 Was? Was hat mich denn? Oha, wo? Was? Bist du gestorben? Mal einen Abgang. Krass. Ui. Der, der, der Waldgeist hat mich getötet. Ich war aber nicht in dem seiner Nähe oder so. Ich hab nur Tiere getötet. Vielleicht ist er irgendwie... Was? Nicht in dem seiner Nähe? Enkis, guck das mal. Warte. Warte. Mann, ey. Ich hatte so viel gerade. Und was kostet es dich? Wie lange kannst du... Alter, der macht Superman-Pose, ernsthaft. Und wie lange kannst du damit rumfliegen jetzt? Nicht so lange. Ich hab wenig Mana. Ach, das kostet dich auch Mana? Mhm. Das ist genauso wie der Besen. Nur, dass der, ich glaube, weniger verbraucht, aber nur wirklich geringfügig weniger. Mhm. Und das sieht halt einfach geil aus. Danke, Lob ist immer willkommen. So, ja. Dann, äh... Also, dadurch wird das hier oben ein bisschen einfacher sein, lang zu gehen. Hier unten ist das irgendwie... Das ist ein wenig nervig, da. Muss sie dir dann irgendwie hochspringen, wenn sonst gegenläuft. Da. Was, ey, der hat mich gewonnen hätte, dieser Hurensohn, ey. Ey, soll ich auch so gewonnen ziehen? Ja, echt mal. Kann doch nicht wahr. Kann doch nicht wahr. Hallo? Ich weiß nicht. 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 Du kannst ja irgendwie... ... unterwegs... ...ein paar Knochen zusammen sammeln... ... können... ... gut gebrauchen... Ich werde die Augen offen halten. Danke, Mann. Sehr freundlich an dir. Okay, die andere Safe-Sun ist anscheinend zu einer Burg. Okay. Ich glaube, ich habe euch gerettet. Was? Mhm. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Weißer nicht. Da sehe ich gerade, da ist irgendwie so ein Weiran, der um so'n Stein steht. Gott. Wer ist er denn hier? Wie verfehlt's denn? So lang sind jetzt jeder Struktur an. Hier ist ein Bär. Verdammt. Hilfe, Hilfe. Was ist denn das hier? Was ist denn da? Das würdest du gerne wissen. Ah! Durch den Türrahmen kommt man ja nur rein, aber nicht raus, oder was? Nee. Das ist so lustig. Hä? Hä? Wie komm ich hier rein? Wie komm ich über diese Schlucht? Gott. Du kommst rüber, oder was? Ich bin da hängen geblieben. What the fuck? Wolf fällt. Ah, fehl. Ah, Wolf. ich? No? Genau. Hm. W commentaires herd? Auch About the Jericho. 差不多 eins. Hehe. Pf paramet, chifron. Nein, na da. W jaws das gesehen? Du kannst ja dich wieder an Mahler, ne? Ohne Hände. Mhm. Leider. Huch, ich soll jetzt mal einen fett Fallschaden bekommen, okay. Ein Eisenproblem. Ist hier gewesen an dich. Kack Viecher, greift mich auch noch an, ey. Ha! Das wird jetzt ja gerade gefährlich hier für Gandalf. Ähm. Die füttere ich jetzt einfach mal alle auf. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ups. Schon wieder nur refreshed. Was haben wir hier jetzt eigentlich gerade, oder was macht er? Guck gerade, dass ich meine Rüstungslammen kriege. Ja. 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 Okay, okay. Ich habe jetzt eigentlich noch einen Kellerausbau vor und ich muss gucken, dass ich hier den Eingang da oben noch irgendwie angenehmer mache. Ich weiß aber echt nicht, wo ich jetzt als erstes anfangen soll. Eigentlich will ich da oben erst mal fertig werden. Aber die Wände wollen alle nicht so, wie ich will. Was kostet denn die Boots denn? Drei. Mann, snap doch die Wand da dran, ey. Sieben Leder bräuchte ich noch. Man muss das anbauen, aber man muss das anbauen. Ja, das ist so, wie du wegfliegst, ey, als hättest du grad'n Furze, ey. Mhm. Sieht echt nice aus, oder? Oh, hier ist ein Untoter. Ich versuche erstmal zu Moritz zu gelangen. Viel Spaß. Boah, krass, der hat mich gef... Also einen Kilometer hab' ich schon geschafft. Einen Knochen hab' ich schon mal. Ach so kann ich das auch lassen. Haha, ich hab endlich ne Lösung für mein Problem gefunden, glaub' ich. Ich geh' erstmal zu dem Turm, glaub' ich. Oh nein, Horn. Ich hab' einen Furze, was ist der Scheiß? Ich hab' an das. Ich hab' einen Furze. Ich hab' einen Furze.